Jens von Subway, äh, ich hab nur deinen Namen gesehen, ich hab dich erkannt, du bist doch der YouTuber, oder? Ja? Ja, ich hab deine Nummer gesehen, ich hab gesagt, ich ruf mal an. Ich sag so, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Er sagt so, ja, was denn? Schon direkt gewusst, kann ich nicht, kann ich nicht essen. Direkt Money Waste und auch Lebensmittelverschwendung, okay? Ich vertraue dir halt einfach nicht. Der spuckt rein oder es gibt halt irgendeine spezielle Soße oder so. Ich esse es, er macht einen TikTok, er lacht so auf dumm und das geht nicht. Das hat mich übel aufgeregt, übel aufgeregt.